So, und heute werden Anna Dimpfel und Ludwig Schneider für mich ein Überraschungspäckchen öffnet. Ich habe das noch nie gehört, ich weiß gar nicht, was da auch dazu ist. Das ist für mich auch ganz neu. Und es nennt sich Thereminierung des Raums ein performativei. Also, als wir das geklagt haben, wusste ich noch nicht, was das für ein Kasten ist. Also, wir werden jetzt hören und sehen und erleben. Ich hole dich mal rein. Ja? Spannung 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020